Mit dem Filmbike gada.com.tv unterwegs auf Reisen. Wie war das gerade nochmal mit dem G8-Gipfel? Mit dem Vaterprogramm für Jugendliche irgendwo. Und die waren eingeladen? Die mussten, du kannst es nicht bewerben, und dann bist du ausgewählt worden und eingeladen worden zum G8-Gipfel nach Italien. Ah, okay. Dann konnten die halt den Präsidenten Fragen stellen, irgendwelcher Art, in einem gewissen Rahmen. Ja, das ist eine andere Form von Public Relation für Völkerverständigung zum Beispiel. Und Präsidentennähe damit zu repräsentieren. Ja. Und zu transportieren. Auch so kann man Werbung machen. Ja, und da ging es um den Obama jetzt, was ist es wieder? Um Obama. Der hat den Hach gesiegt. Oder getroffen. Oh. Obama dort. Schön im G8-Gipfel. Jetzt war das Obama, genau das wurde ich nicht heute. Aber ich weiß nicht, wer es war. Ja, wurde mir das erzählt. Ja. Schauen wir mal, schaffe ich auch immer alles nur eine Frage der Zeit, nicht der Möglichkeit. Auch alles möglich ist mit diesem Fadebike. Galakon.tv Vielen Dank auch an den Shuttle Service George W. Ohne dem, dass alles nicht möglich wäre. decisiv sind ja nun am Baumung. Danke. Vielen Dank. Wirinden.